Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal GTA und wir werden wieder von dem einen da wieder das Rennen fahren und ich hoffe, das Internet hält es aus. Ich habe auch keine Ahnung, wenn ich die Videos beende, dann kann ich die Rennen spielen, aber so etwa nicht. Ja, genau. Okay, war der Fahndungslevel, oh, Fahndungslevel will ich ein und nicht safe, weil, weil das dort steht. Saven müssen wir in der Militär Base fahren und dann habe ich keine Chance mehr. Oh, oh. Hm? Der hat bereit gedrückt, obwohl ich Panzerchen kaufen wollte, aber okay. Ich habe doch Radio aufgestellt. Ja. Okay. Oh, perfekt. Perfekt. 25. RP. Hä? Das wurde leise? Ne. Okay. Uh. hoch. Ja. Da kommt er nicht mal hoch. Lol. Der Panto hat keine Kraft, oder wie? Hä? Jetzt. Das ist... Es ist aber auch ein bisschen eng gebaut. Der Panto ist breit, aber klein. Ui. Oh. Oh. Oha. Ja. Wow. Das können wir jetzt rückwärts fahren. Ah. Was ist mit dem Panto los heute? Der will ja gar nicht fahren. Oh. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hey. Das ist auch so knapp. Knapp. Full speed. Oh nee, nicht noch einmal. Hey, come on. Ah. Hä? Ja. Nein. Ey. Das ist... Auto geht mir echt aber auch auf den Sack. Also Panto ist nicht mein Lieblingsauto. Das kann nicht dein Ernst sein. Ui. Ja. Wenn das jetzt noch einmal kommt, ne? Ich liefe. Weil das ist wirklich ein bisschen auf Verarsche. Ja, er rutscht komplett runter. Ey. Ah. Ja. 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 Hey, lol. Knackers, wuhu. Was? Never kann ich da drauf landen. Hä? Was? Da drauf. Ah, vielleicht Fullspeed. Oh! Herr, war der vielleicht hier? Ah! Ich hab fast den Speed sogar noch berührt. M. Hä? M. M. Oh. Ah. 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 Oh ne. Müssen wir das jetzt nochmal machen? Oh nein. Oh nein. Ähm. Okay. Nein. Ja. Ey. Oh. 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 Was. Ja. Ja. Ich muss leiden. Was. Oh. Okay. Pfff. Hat ja super geklappt. Ach so lol. Ey. Okay. Das war sehr knapp. Full speed. Hui. Ja. Sterne oder was. Okay. Sieht da richtig nice aus. Hier runter. Oh. Oh. Nein. Wir waren natürlich zu langsam. Also ich. Oh. Full speed. Oh mein Gott. Sogar mit dem Backflip gelandet. Nein. Es ist zu weit. Oder. Oh. Wenn da der Punkt nicht wäre. Dann hätte ich verkackt. Und. Was. Oh. 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 Ow. Alter Schwede. Das muss man ja auch erst mal sehen. Wie man das bauen kann halt. Noch einmal, oh Alter, mit dem Motorrad müsste das ja Spaß machen. Oh. 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 Oh, okay. jetzt müssen wir glaube ich vermutlich hier entlang wir kommen ganz schön gut durch ja wir komme ich sehr gut durch nein lol zu fuß parkour schaffen wir das überhaupt zu fuß ich denke es hat nicht geklappt wahrscheinlich stecke ich hier fest wieder also ich bin echt gerade auch sehr schlecht muss ich ehrlich sagen was ist jetzt los ich glaube man musste hier auch von spiel weiterfahren knallgas oh mein gott wie viele checkpoints noch ja noch ein stück acht okay full speed voll speed hat echt geklappt ja was ist das für ein sporn so Wie soll ich da denn rüberfahren? Also ich hab echt keine Ahnung. Muss ich da schon... Nee, hä? Es ist so schwer. Man kann da gar nicht mehr rüberfahren. Nee, es geht einfach nicht. Hä? Ey. Es ist zu schwer. Vor allem, man muss das ein zweites Mal machen. Oh mein Gott. Oh nein. Ah! Ja! Nein! Kurz vorm Punkt. Es kann nicht wahr sein. Ey. Also wirklich. Einmal geschafft und jetzt nie wieder. Hä? Warum fährt der runter? Ich verstehe es einfach nicht. Das hat irgend so ne komische Hitbox. 3.000 Jahre später. Oh. Was? Nenn ich dein Ernst? Ey. Oh. 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 Fahr doch! Oh. Diese Karre ist auch so eine Müllrotzkarre. Digga, ich hoffe es kommt nie wieder sowas mit dem Panto. Wenn ich das noch einmal sehe, verlasse ich direkt. Oh. Man slidet da auch richtig, ne? Richtig scheiße und was? Was? Oha. Jaaaa. Okay. Wow. Das kann nicht wahr sein. Backflip. Oh. Das war 225 und 125. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne umgekehrt was. Ne umgekehrt was. Backflip. 25. Oh mein Gott. Ne umgekehrt was. 25. Alter was da noch alles kommt. Ähm. Was? Das sind keine eigenen Teile. Okay. Okay. Ah da vorne ist der Punkt. Jaaaa. Wo? Wo? Ah. Oh ich hab's. Alter. Wow. So ne geile Rampe. Ahem. Okay. Oh ich dachte ich könnte Walride fahren mit dem Fanto hier. Aber es geht leider nicht. Nein. Das ist halt so typisch. Oh. 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 Ich bin auch so schlecht. Wie viele Checkpoints haben wir überhaupt noch? Zwei Stück noch? Ja okay, das ist ja eigentlich je nicht viel. Nein. Was? Wie? Das geht doch gar nicht mal. Ich fahre die Rampe hoch, bleibe stecken und komme mit einer Lichtgeschwindigkeit ins Wasser. Wie? Ich habe doch nicht mal Gas gedrückt oder Bremse. Okay. Oh. Was? Wenn da jetzt ein Speed ist. Oha. Kommt der Panto hier wirklich hoch? Also. Oh, Purzelbaum. Oh. Da ist schon das Ziel. Knallgas. Achso. Oh. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja gut, ich hoffe es hat euch gefallen. Lass uns unbedingt ein Like da und Abo da. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.